Servus liebe Harmonika-Freunde! Heute möchte ich euch unser Woldmoor-Modell Apfelbaum vorstellen. Diese Harmonika ist wie schon erwähnt aus Apfelbaumholz gefertigt. Sie hat 46 Diskantknöpfe sowie 17 Bassknöpfe. Die Beschläge sowie die Knöpfe und die Ecken sind aus Nussholz. Dazu kommt ein wunderschöner brauner Balk, der hervorragend zur Harmonika passt. Des Weiteren hat die Harmonika unsere bewährten Woldmoor-Luxusträger sowie ein Bassbodenleder. Nun möchte ich euch anhand einer Hörprobe zeigen, wie gut diese schöne Harmonika klingt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017